So, weiter geht's. Ich bin schon mal gleich hier rüber gegangen in die Höhle und so auf der Karte gesehen ist das eine extra Karte irgendwie, aber egal. Hi, und damit wir das hier gleich aktivieren können, naja, bisschen Zeit sparen. Yay. Ach man, bin ich halt müde. Woah. Was's up? Awww. We got it. Ah, we got it. Da gibt's Gift. Das heißt, wir wären wohl daran geraten, das hier auszupacken und so'n Staubsauger. Och Gott. Äh. Nein. Toll. Ausweichen. Och Gott. Was? Nein. Ich krieg's nicht hin. Helft mir jemand, mit dem's einfacher ist zu springen. Einfach normal springen wäre zum Beispiel auch ein Plan. Äh. Egal. Hier rum. Ähm. Hi. Hi, damit. Oh, da geht gleich hier das Gift los. Tja, was sagst du da? Krieg ich kein Gift? Gibt's ja keine Giftbälle mehr. Da fuck. Okay. Äh. Weiß uns nicht, ob das gut oder schlecht sein soll. Aber hier gibt's auf jeden Fall zwei Schatztruhen. What the fuck? Au. Eine falsche. Doofe Schatztruhe. Doppelwirkungsdrank. Yay. Ähm. Ähm. Doh, Gift hält jetzt nicht so lange. Macht jetzt auch nicht so viel Damage. Zumindest das Gift nicht. Also von dem her. Thank you for der Doppelwirkungsdrank. Hopp. Rüber da. Dann. Wieso krieg's so viel einfacher hin, mit Brook zu springen, als mit jedem anderen? Keine Giftbälle, nö. Okay. Aber wie ich gedacht habe, gibt's hier einen Boss. Einen Boss, das heißt. Bäm. Gleich mal los, damit's noch an die Episode passt. Oh. Oh nein. Nicht gut. Oh. Oh god. Oh god. Oh god. Smoker. Ja. Der meins voll ernst. Erstmal hier Items richtig ausrüsten. Heil und Feuer und Doppelwirkung. Ja, why not. Und ein bisschen SP noch. So. Und das ganze Neu nervt mich gerade. Chip. So. Pass. Au. Der macht Damage. So. Machen wir erstmal hier ein bisschen. Yeah. Au. Gleich mal alle schlafen zu schicken. Nein, keinen Drunk an ihm verschwenden. Sorry. Nochmal. Bam, bam, bam. Mache ich kein Damage an Smoker. Au. Nope. Beinahe kein Damage zumindest. Okay. Man soll natürlich erstmal die ganzen Marine Typen hier. Au. Erledigen wollte ich sagen. Bam. Yeah. Das hat viele erledigt. Au. Aber nicht alle. Okay. Okay. Nein. Bam. Master Nail. Na, Hilfe. Bitte nicht mehr ausweichen. Ist doof. Nein. Wow. Der weicht sehr gut aus. Ich glaube, ich weiß, was ihr gemeint habt mit... Äh, der wird schwer. War das überhaupt der... Wow. Sobald ich... Bam. Frankie Triangle. Nein. Kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Inwie habe ich das Gefühl, ich sollte mit Frankie ein bisschen vorsichtiger sein. Weil er ja doch ein bisschen was... Kann. Und vor allem aushält. Und wenn ich... Ah, Hilfe. Hör auf, meinen Attacken auszuweichen. What the heck. What is wrong with you? Äh. Everyone here. Einfach nur total stark sein und so. Was? Ja, ich weiß. Ähm. Ich möchte aber erst noch hier ein bisschen... Ah. Fresh Fire. Feuer gegen Rauch. Bam. Jetzt schon? Das gefällt mir nicht. Aber Fresh Fire ist natürlich... Au. Wie immer. What the fuck? Wirklich? Oh Gott. Fresh Fire ist gut, wollte ich sagen. Ist es auch. Au. Lass mich doch... Bitte erst mal hier. Äh. Ausrüsten. Und so. So. Nun schack. Bam. Bam. Wow. Da kann es komplett ausweichen. Okay. Alright. I'll take it. Nein. Oh oh. I hate white out. So. Ein bisschen Flash Fire drauf. Aber ihr habt ja schon gesagt, dass das immer ganz gut ist. Und wow. Macht Flash Fire hier damage. Nein. Au. Oh Gott. So. Erstmal wieder heilen. Oh 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 man. Frankie. Nein. Nein. Bam. Was? Nochmal eine Stufe? Gibt es jetzt auch Gegner mit zwei Stufen? Das wusste ich nicht. Äh. Na gut. Rein durch Super Attacken dürfte ich das noch hinkriegen. Aber. Frankie ist tot. Bam. Ist er das? Äh. Eventuell doch nicht. So. Rein theoretisch. Jetzt ist er tot. Nein. Bam. Bam. Okay. Man kann hier endlich mit ähm Super Attacken blocken. Okay. Ich möchte nur meinen Flash Fire durchbringen. Nein. Au. Dammit. Äh. Lass mich in Ruhe. Nochmal. Aber du wirst eh wieder ausweichen, oder? Nein. Du weißt schon, dass das dein Untergang ist. Oder mein. Meiner. Yeah. Oh 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 oh. Ein bisschen knapp. Nein. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nö. 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 Badam. Und ich glaube, ich habe ganz gut getan. In diesem Kampf. Einigermaßen. Nur. Ein Verlust. Und ein. So gut wie Toda eigentlich. Wie viel habe ich denn noch? Laut Status. Laut Status habe ich noch 5. Okay. 5 ist mehr als genug. Hey. In League of Legends. Hallo. Da ist 5 noch die Welt. So ungefähr. Naja. Eventuell. Dab, dab, dab. Aber ich glaube, das war noch nicht der 4. Nee. Der 4. 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 Der 5. 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 genau genau das ist das wichtigste im leben folgt immer dem fahrt den ihr selber für richtig haltet erholungsmedikament nice sonst scheint hier aber geht es hier noch weiter nein da kamen wir her okay dann da geht es weiter ein weiterer shark submerge platz okay frankie du bist sowieso so gut wie tot lasst mal luffy übernehmen canon worte heck okay bam what the heck diese schneide dinger machen ja übel schon damage wurde das hier endlich übernommen das schneid gegner mehr schaden machen oder bärbärbärb ich bin grad total baff wie viel damage sie machen naja nein keine chance sorry was habe ich jetzt bist du egal gott das hört sich schwer an hier unten hier war das ist ganz schön hohe leider die man da bauen müsste es ziemlich hoch aber wir müssen wohl klettern wie stellen wir das an keine sorge kleinigkeiten ich platziere eine leiter mit der wir hochklettern können die kann ich schon beinahe golden habe ich irgendwas als gold erstellt ja habe ich bärm weinert weit genau 7 dabei war aus ok alttäckte jähes geht hier noch ab gegner sonst nichts okay dann würde ich mal sagen hoch da Luffy, klettern. Bambam. Sieht ziemlich hoch zu sein. Deswegen. Bitte geh wieder an Land. Bitte geh wieder an Land. Dum, dadadam. Come on. Ja, geht wieder an Land. Jetzt wird mir gerade mal ziemlich egal. Ah, jetzt sind wir hier. Und da geht's. Da geht's diesmal auch weiter. Okay. Nice. Und da haben wir jetzt, denke ich mal, nichts mehr dafür. Ich rieche einen Schatz. Platzier einen Leiter hier. Schnell. Boah, komm mal runter. Welch herrisches Mädel. Ein Leiter kommt sofort. Ja. Ah, diesmal fehlen uns Bambus. Natürlich. Oh Gott. Dum, dadam. Die Zeit, die Zeit. Äh. Okay. Gibt es da irgendwas zum nach hinten teleportieren? Please. Gibt es da überhaupt irgendwas noch? Ich glaube nämlich nicht. Nö. Gibt es aber was zum Fallen stellen? Hm. Nein. Was hier? Ah, was? Da war einer im Baum drin? What the fuck? Blaue Frucht erst mal. Das habe ich nicht gewusst, dass da auch einer sitzen kann. Oder war an einer normalen Stelle. Ich habe es noch übersehen. Nein. Da war auch ein goldener. Warte. Was geht hier ab? So viele goldene. Ganz viele Gegner. Yay. Oh Mann. Bevor die sich verwandeln, bin ich aber hier weg. Ganz klar. Äh. So. Unten ein Rücksprungbecken. Na gut. Muss ich halt. Tö, 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 tö. Ein bisschen überlänger machen. Passt schon. Da unten gibt es garantiert wieder einen Kampf. Boah. What the fuck? So viele Pflanzen. Wurde wirklich alles mit Pflanzen neu eingedeckt? Mit Details generell. Da geht es in die Höhle rein. Genau. Au. Au. Das. Ah, nein. Da kommt gleich ein Kampf. Ah. Ich würde fast sagen, ich sollte die Episode jetzt mal beenden. So langsam. Hm. I don't want to. Ah. Jetzt kann ich beruhig die Episode beenden. Gleich, sobald ich den Schatz hier habe. Und dann zählen wir uns einfach nächstes Mal wieder hier. Au. Nein. Bös. Bam. Nein. Come on. Ja. Okay. Nehmen wir noch den Schatz hier. Keimnisvolles Dial. Flamm-Dial. Wenn ich in diesem Dial Feuer speichere, können wir die Gegner mit Feuer angreifen. Yay. Gewitter-Dial. Wenn ich in diesem Dial Strom auflade. Yay. Ja. Auch Waffen aus Unlimited Adventure. Voll cool irgendwie. Dass die jetzt genau dann auftauchen auf der Insel, die auch aus Unlimited Adventure ist. Egal. Ich würde sagen, das war es für diese Episode. In der nächsten Episode sehen wir uns genau hier wieder. Ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, liken. Falls es euch sehr gefallen hat, abonnieren. Dann zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und meinen anderen.